Historiker streiten, was wohl auf den Seiten? Geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Husser auf gutes Gelingen. Husser auf gutes Gelingen.